Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Baschkim, wir spielen heute hier Minecraft in Bikini Batom und machen ein paar Missionen. Freunde, nichts vergessen, dieses Video zu liken. Bei 100 Likes kommt morgen ein neues Video und nichts vergessen, Glocke zu aktivieren. Und wir machen jetzt ein paar Missionen. Mein Name ist Baschkim, let's go! So Freunde, in der letzten Folge haben wir mit meinem Cousin Borim diese Autorennen gewonnen und alle Autos geklaut. Hier ist meine Fuhrpark, Freunde. Das ist mein Haus. Und da hinten in meiner Garte, Freunde, sind meine neue Fahrzeuge. Das sieht richtig cool aus, oder Borim? Was sagst du? Dieser Idiot redet nichts. So Freunde, wir sind jetzt hier in meinem Haus. Können wir kurz reingehen? Wollte ich euch zeigen. Wow, Freunde, hier ist meine Wohnzimmer. Hier kann man immer sitzen und Fernsehen gucken. So, hallo Borim. Und hier hinten, Freunde, ist meine Küche. Wow, und hier ist mein Fitnessraum. Hier trainiere ich jeden Morgen. So Freunde, wir machen jetzt ein paar Missionen. Und weiter geht's. Ich brauche kurz meinen Chaboba-Mobil. Kennt ihr, Freunde, den Chaboba-Mobil aus dem YouTube-Videos, Freunde? Der sieht sehr cool aus. Da ist es. Das Chaboba-Mobil. Ah, Freunde, den habe ich selber getunt. Er hat sogar noch mehr PS als eine Lamborghini. 20 Zoll Felgen. Guckst du hier, Afrem? AMG-Motor von McDonalds. So, Freunde, bevor es losgeht, wir müssen kurz gucken, welche Missionen machen wir als nächstes. Ich glaube, wir gehen zum Scheiß-ein-Eimer von Planktoni, Freunde. So, let's go. Kommst du bei dem? Steig ein in den Auto. So, wie kommt man nochmal zum Scheiß-ein-Eimer? Von der Chaboba-Mobil sieht richtig cool aus. Mit dem bin ich mit Afrem einmal gefahren nach Kosovo. Kennt ihr noch das Video, Freunde? Bis nach Kosovo sind wir gefahren. So, wir müssen einmal hier lang. Und dann hier rum. Oh, hier ist der Haus von Anissa. Oh, hier ist auch eine Mission, Freunde. Die können wir im nächsten Video machen. Wir müssen aber erstmal zum Scheiß-ein-Eimer. Hallo, Anissa. Wie geht's? So. Wow, Freunde, was ist das? Holy shit. Was ist das, Freunde? Eine riesige Schiff. Ich hab ein bisschen Angst, Freunde. Ich dreh um. Ich dreh um, ich dreh um. Wir gehen zum Scheiß-ein-Eimer, lieber. Die Mission machen wir später. Dann eine andere wieder. Ich hab ein bisschen Angst, Freunde. Und Freunde, falls ihr von mir gegrüßt werden wollt, schreibt mal eure Namen in den Kommentaren. Und Video liken, Glock aktivieren. Dann werdet ihr vielleicht im nächsten Video von Basch-geam gegrüßt. So, wir müssen jetzt erstmal in dieser Weg, Freunde. Hier lang. Wir sind falsch gefahren. Wir müssen zum Scheiß-ein-Eimer die nächste Mission machen. So, weiter, Basch-geam. Fährst du weiter? Geradeaus. Hier muss man... Oh, Markus, wie geht's? Warte mal, Freunde. Wo ist... Ah, da ist Affrem. Ich dachte schon, Affrem ist weg. So, wir müssen geradeaus. Dahinter ist der Scheiß-ein-Eimer. So, hier ist die große Klabe, Freunde. Da haben wir im letzten Video eine Mission gemacht, Freunde. Da haben wir über 1245 Dollar einen neuen Weltrekord aufgestellt. S-Level erreicht. Guck mal, wie viel Geld wir verdient haben. Mit unserem ganzen Hamburgerer. So, Freunde. Wir parken erstmal unser Auto hier vor der Klassenkraube. So. Ein bisschen rückwärts. Langsam brimm. Langsam, langsam. Und anhalten. So, perfekt. Guck mal, wie gut geparkt ist, Freunde. Vor der Klassenkraube. So, Freunde. Wir machen jetzt die nächste Mission bei Scheiß-ein-Eimer. So, Freunde. Wir machen jetzt die Mission. Das ist... Oh, das ist die Frau von Planktoni. Hello. Wie geht's? Ich habe gehört, dass du dich durch die Stadt gehst und Leuten hilfst, den besten Tag aller Zeiten zu erleben. Ja, genau. Das machen wir, Freunde. Wir haben allen Leuten geholfen in der Stadt. Plankton hat sich ein verrücktes Gerät im Labor selbst eingefangen. Er ist der klügste Kerl, den ich kenne. Er ist verrückt geworden, meinst du? Ich habe versucht, ihn rauszuholen, aber ich passe nicht durch die Wartungsentlüftung. Kannst du mir helfen, indem du ihn rausholst? Mein Prozessor ist kurz davor, von einem Geschrei durchzubrennen. Kein Problem. Wir helfen dir. So, Freunde. Wir müssen jetzt irgendwie hier einbrechen. Hm, die Tür ist zu. Okay. Warum kommst du mit? Ist vielleicht ein Fenster irgendwo, Freunde? Habe ich ein Brecheisen? Warte mal. Vielleicht mit dieser... mit dieser ekligen Burger schießen. Wow. Hm, nee. Vielleicht kann man die Wand kaputt machen oder so. Vielleicht ist eine Zaubertür mit Musik. Nein, auch nicht. So, hier lang. Nee, nee, nee. So, warum kann man hier lang gehen, Freunde? Oh, hier ist irgendwas. Oh, Freunde, hier ist der Eingang. Hinten durch, hinter Eingang. Okay. Problem, bist du bereit für die Mission? Wir gehen jetzt rein in den Scheißeneimer, Freunde. Seid ihr bereit? Ich habe ein bisschen Angst. So, okay. Drei, zwei, eins. Let's go. Wow. Freunde, was ist hier los? Wir sind im Scheißeneimer. Okay, okay. Was müssen wir machen? Hier diese Schalt herdrücken. Brodem, kommst du hier rein? Komm runter. Hilfe, genau so. Wo ist er? Oh, das ist Brodem. Okay, aufmachen. Let's go, Freunde. Wir sind im Scheißeneimer drin. Seid ihr bereit, Freunde? Ganz ruhig. Wir müssen hier die Missionen machen. So, wir müssen Planktoni hier raus retten. Der hat irgendeine Scheiße gemacht. Wie lang muss man kurz analysieren? Da ist zu. Da ist zu. Okay, wir müssen anscheinend hier hoch. So, so, opa. So, drei, zwei, eins. Opa. Let's go, let's go. Sehr gut, sehr gut. Weiter Brodem. Hey, warte mal. Wie ist Brodem da hochgekommen? Wo ist er? Oh, Brodem. Freunde, ich sehe. Habt ihr gesehen, wie er springt? Wow. Er ist eine Super Saiyajin. So. Oh. Bravo. Gut. Darüber. Perfekt. Jetzt da runter. Darüber. Wir gehen mal da. Sehr gut. Oh, das ist eine Schalter. Einmal drücken. Ist nichts passiert. Das ist eine Verarschung. Scheiße, Dreck. Wir sind drunter gefallen. Okay, nochmal hoch. Nein. Freunde, das ist alles Verarschung hier. Wie kommt man hier hoch? Okay, nochmal dieser Weg. So, hoch. Hoch, hoch, hoch. Und darüber. Gehen wir mal diesen Weg. Oh, Scheiße, Dreck, Freunde. Man kann nichts klettern wie in Fortnite. Wir müssen jetzt konzentrieren. Warte mal. Hey, wo ist die Leiter? Freunde, ich habe mich verlaufen. Hilfe. Da? Nein. Oh, warte. Hier ist die Leiter. Okay. So, nochmal hoch. Ein Lauf nehmen. Drüber. Rüber, rüber, rüber. So. Oh, Scheiße. Dreck runtergefallen. Na. Okay, Freunde. Wir müssen uns konzentrieren. Wir sind eine Meister-Einbrecher. Eine Superspion. Wir müssen Klangtoni retten. So, rüber. 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 Perfekt. Darüber. Opa, hoch. Sehr gut. Sehr gut, Paschke. Sehr gut. Hier ist ein Schalter. Was macht der? Oh, hier ist die Tür aufgegangen. Okay, falls man wieder runterfällt. So, warte mal. Jetzt da rüber. Opa. Hier ist eine Schalter. Einmal drücken. Passiert nichts, Freunde. Das ist voll die Verarschung. Okay, rüber, rüber. Oh. Perfekt. Und rüber. So, da. Oh. Sehr gut. Noch eine Schalter. Oh, hier ist noch eine. Eine Falltür aufgegangen. Opa. Sehr gut, Freunde. Wir müssen alle Knöpfe drücken. Einfach alle Knöpfe drücken. Sehr gut. Da auf. Hier ist noch eine Falltür. Oh, scheiße. Äh, wie ist Böhm? Da rüber gekommen. Oh, scheiße. Der Dreck runtergefallen. Okay, nochmal hoch, Freunde. Wir müssen uns konzentrieren. Einmal bitte konzentrieren, alle, Freunde. Und in den Kommentaren Daumen drücken. Rüber. Und rüber. Wow. Das war eine falsche Tür. Die habe ich mich verarscht. So, nochmal diese Weko. Ah, Freunde. Das ist wie bei Squid Game. Jede ist eine falsche Tür. Oh, scheißen Dreck, Freunde. Warum springt der nix? Meine Beine sind müde geworden. So. Hier hoch. Gut, Baschke. Du musst dich konzentrieren. Du musst dich konzentrieren. Warte. So. Opa. Hier. Nein. Der war falsch. Freunde. Diese Level ist eine Verarschung. So. Hier hoch. Ho. Ho. Darüber. So. Darüber. Opa. Jetzt rechts oder links, Freunde. Ich habe Angst. Borim, sagst du mir. Rechts oder links. Ich schmeiße ihn mit verschimmelter Burger ab. Sagst du es mir. Komm schon. Okay, wir springen nach rechts, Freunde. Immer nach rechts. Nein. Das war falsch. Die ganze Zeit falsch, Freunde. Was soll das? So, wieder hoch. Komm schon. Wie hat Borim das geschafft, Freunde? Ohne einmal falsch zu machen. So. Dann rüber. So. Dann da rüber. Opa. Dann da rüber. Und geschafft. Oh, Freunde. Wir haben es geschafft. Einmal rüber durch diese Labyrinth. Kommst du mit, Borim? Let's go. So. Hier ist eine Schalter. Einmal drücken. Perfekt. Plankton. Hilf mir jemand. Irgendjemand Hilfe. Vorne das. Das Plankton. Okay, wir helfen dir, mein Freund. Hey. Ihr Narren. Wenn ihr dachtet wirklich, ich würde in meine eigene Falle tappen. Das ist nicht einmal mein wahres Ich. Das ist nur ein Hologram. Er hat uns verarscht, Freunde. Aber vielen Dank, dass ihr mir zum besten Tag aller Zeiten gemacht habt. Ich könnte nichts Schöneres vorstellen, als eure Gesichter hinter Gittern zu gefangen, zu sehen. Er wollte uns einsperren, Freunde. Er hat uns verarscht. Borim, was machen wir jetzt? Wie kommen wir hier raus? Das war nur ein Hologram, Freunde, von Plankton. Er hat uns verarscht. Warte mal, was können wir machen? Vielleicht alle Schalterer hier drücken. So. Einfach alle Schalterer drücken, Freunde. Okay, wir drücken einfach alle Schalterer. So. Vielleicht kommt man dann raus. Ich erkenne hier keine Code, Freunde. Vielleicht ist hier irgendwo ein Code versteckt. Nein. So. Okay, auch nicht. Wir drücken einfach alle Schalterer, Freunde. Ich weiß nicht, was man hier machen muss. Einfach alle Schalterer drücken. Oh, wir haben es geschafft, Freunde. So. Perfekt. Alle nach unten. Sind alle unten. Alle Schalterer unter. Wir haben es geschafft, Borim. Sehr gut. Du Arschlauch, Plankton. Nimmst du hier einen scheißen Burger? Wir sind vergammelt. Mit vergammelter Fleisch. So. Jetzt müssen wir hier lang zurück. Wir sind wieder frei. Aber wie lange muss man jetzt hier? Hier ist zu. Hier hinter vielleicht. Hm. Hier unten. Ah, hier geht es weiter, Freunde. Perfekt. Borim, kommst du mit? Guck mal, wie er läuft, Freunde. Wie ein Idiot. Guck mal. Guck mal, so ein Idiot. So. Jetzt. Was muss man hier machen? Hm. Hier ist auch geschlossen. Einfach alle Lichter anmachen. Alle Knöpfe drücken. Was müssen wir machen, Freunde? Bestimmt ist hier eine Code. So. Diese Licht ist angegangen. Hm. Die Tür ist zu. Was kann ich machen? Vielleicht hier nochmal. Guck mal. Diese. Dann diese. Einmal zigzag. Dann diese. Dann diese. Oh, jetzt ist da ausgegangen. Ah, vielleicht müssen wir die Knöpfe drücken, Freunde, die an sind. Okay, okay. Ich glaube, ich habe es geschafft. Diese. Jetzt diese. Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Let's go. Nächste Geheimnis geliftet. Kommst du mit, Borim? So, wir nehmen, Freunde, diese Schleuder. Ich glaube, hier sind bestimmt irgendwelche Gegnerer. Deswegen müssen wir uns langsam bewegen. So. Das nehmen wir als Waffe in die Hand. Hier vielleicht. Oh, das ist eine Labyrinth, Freunde. Kommst du mit, Borim? Borim, gehst du einen anderen Weg? Und dann, wir teilen uns auf. Und dann gucken wir, wie wir hier rauskommen. Hier ist eine Sackgasse. Oh, das ist eine Treppe. Von da sind wir gekommen, oder? Ja, von hier sind wir gekommen. So, jetzt erstmal gucken, Freunde, wo lang man gehen kann. Hier ist eine Sackgasse. Hier links. Nein. Hier ist auch eine Sackgasse, Freunde. Oh nein, hier geht es runter. Okay. Wir haben einen Ausgang. Oh, noch. Es geht weiter. Worum kommst du mit? Hier lang? Vielleicht hier? Nein. Oh, hier ist auch eine Sackgasse? Nein, hier geht es weiter. Oh, hier geht es runter, Freunde. Perfekt. So, hier links, rechts, links, rechts, links. Hier ist alles. Sieht gleich aus, Freunde. Ich habe mich verlaufen. Hier vielleicht. Hier, im Kreis. Nein. Darum. Scheißen, Dreck, Freunde. Irgendwas stimmt hier nicht. Diese Planktonne hat uns verarscht. Hier runter. Hier geht es nach oben. Von da sind wir gekommen, oder? Oder nein, hier geht es raus, glaube ich. Hier geht es raus. Okay, wir müssen die Leiter hoch. Ah, die ist auf der anderen Seite, die Leiter, oder? Nein, auf dieser Seite. So, kommst du mit, Burim? Hä? Nein, von hier sind wir gekommen, oder, Freunde? Ich habe mich verlaufen. Scheiße, ich bin Dreck. Ich habe mich verlaufen. Freunde, wo lange muss ich? Hier, oder? Hm. Freunde, ich habe mich verlaufen. Hier ist eine Sackgasse, Burim. Warum hilfst du mir nicht, Lidia? So, hier lang. Darum. Da hoch. Da runter. Hier ist alles geschlossen, Freunde. Er hat uns verarscht. Dank, Lohne. Wie kommt man hier raus? So. Da müssen wir hoch, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. So. Nochmal, nochmal. Wir konzentrieren uns, Freunde. Wir machen eine Map in unserem Kopf, wo wir schon waren. Hier waren wir noch nicht. Oh, das sieht richtig aus. Sehr gut, Freunde. Nein. Hä? Warte mal. Warum kann ich die Leiter nicht hochgehen? Jetzt. So. Freunde, ich glaube, wir sind gleich draußen. Kommst du mit, Burim? Kommst du mit? Hier sind wir richtig, Freunde. Perfekt. Eine Schalter drücken. Wow. Wo sind wir jetzt hier? Okay. Darüber. Hm. Was ist das, Freunde? Glaubt ihr, man kann diese Schalterer vertrauen? Bestimmt explodiert dann der Raum. Warum sollen wir diese Schalterer drücken? Kann wir drücken einfach. Oh, falsch. Okay. Diese. Oh, falsch. Hä? So, wir gucken mal die nächste Schalterer, Freunde. Hier unten. Wow. Wo? Da ist eine. Da ist eine. Ha! Perfekt. So. Auch falsch. Freunde, diese Plankton hat uns so verarscht. Wo war noch eine Schalterer? Da unten. Okay. So. Auch falsch. Freunde, er hat uns verarscht. Auch falsch. Hä? Freunde, das ist alles fake. Komm schon, diese. Freunde, das war der letzte Schalterer. Wie kommt man hier raus? Hier vielleicht eine Versteckte? Nein. Freunde, wie soll ich hier rauskommen? Ich habe alle Schalterer gedrückt. Das ist alles klar. Das ist alles falsch. So. Vielleicht hier lang? Nein. Ich sehe nichts. Dieser Weg. Dieser Weg. Oh, boah. Warum hilfst du mir mal, diese Schalterer zu finden? Wie soll man hier rauskommen, Freunde? Warte mal. Wir gehen nochmal nach oben. Wir sind von hier gekommen. Wir sind von hier gekommen. Hier oben. Gibt es vielleicht hier irgendwo eine Oben? Nein. Da auch nichts. Da vielleicht. Versuche den Knopf zu finden, der nicht offensichtlich ist. Ich habe doch alle gedrückt. So. Vielleicht hier versteckt irgendwo. Nein. Oh, nichts. Freunde, ich habe mich verlaufen. Wie soll man hier rauskommen? Lass mich raus. So. Warte mal. Wir gucken. Hier irgendwo eine versteckte Knopf. Nein. Hier. Oh, nichts. Vielleicht hier drin. Da kann man auch nichts rüber. Kann man hier rüber springen? So. Opa. Oh, nee. Das geht nicht. Hm. Oh, Freunde. Hier ist ein versteckter Knopf. Ah. Der war unter der Treppe hier. Guck mal. Hier ist die Treppe. Von hier sind wir gekommen. Und hier unter der Treppe war der. Bestimmt ist dieser Knopf. Let's go, Freunde. Wir haben es geschafft. Okay. Es geht weiter zu der nächsten Rätsel. So. Hier vielleicht. Aha. 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 Was muss man machen? Alle Knöpfe drücken. Aha. Warte mal. Ah. Man muss alle Lichter anmachen. So. So. Aha. Warte mal, Freunde. Aber man muss vielleicht alle Knöpfe ganz schnell drücken. Aha. Let's go. Okay. Die Lichter müssen alle an sein. Okay. Weiter geht's nicht. Der Rätsel, Freunde. Wir sind so gut. Wir haben alle Rätsel gelöst. Was ist das für eine verrückte Labor, Freunde? Diese Planktoni will uns nur verarschen. So. Was passiert hier? Hier irgendeine Rätsel. Die Knöpfe drücken. Ah. Da kommt irgendwas raus. Ah. Okay. Ah. Okay, Freunde. Wir müssen die so rüberziehen. So. Ah. Okay. 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 Rüberziehen. Jetzt drücken. Ziehen. Drücken. 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 Komm schon. Du musst dich ziehen. Ah. Hier. Dieses zum ziehen. Und dieses zum drücken. Und geschafft. Let's go. Wo willst du hin? Du solltest hier unten für immer gefangen bleiben. Wage jetzt nicht diesen Aufzug zu nehmen. Sonst muss ich dich eigenhändig aufhalten. Kommst du, Planktoni? Wollen wir doch mal sehen. Warte, ich bin nur ein Hologramm. Nun. Diese Runde gewinnst du. Aber ich komme wieder. Ja. Kommst du, mein Freund. Während du schläfst, werde ich meine Rache planen. Während du ist, werde ich meine Rache planen. Während du bastelst, werde ich... Du hast es sicher erraten. Meine Rache planen. So. Nimmst du den Aufzug? Ah. Ah. Das ist Planktoni. Deine scheißen Hologramm. Nimmst du das, du Arschler? Er hat uns verarscht, Freunde. Er dachte, er kann uns hier drin gefangen halten. Du Arschler. Nimmst du das? So. Wir haben es geschafft, Freunde. Raus hier. Wow. Freunde. Wir haben es raus geschafft aus Planktonis. Verrückter scheißen Eimer. Wir haben die Mission geschafft. Und seine Frau hat uns verarscht. Wo ist sie? Sie hat gesagt, wir müssen ihn retten. Das war eine Falle. Sie ist weg, Freunde. Sie ist weg. Vielleicht ist sie hier drin. Sie hat uns verarscht. Ist sie hier drin im scheißen Eimer? Kitchen. Hä? Wo bist du? Da bist du. Du hast uns also verarscht, hä? Nimmst du ein paar scheißen Bergerer? Die sind vergammelt. Oh, Freunde. Der scheißen Eimer sieht wirklich hässlich aus. Hier ist also der Stuhl von Planktoni. Hier plant er immer seine dummen Pläne, Freunde. Okay. Nicht schlecht. Kommst du mit, Brim? Raus aus diesem hässlichen Restaurant. Die krasse Grabe ist viel besser. Was kann man hier essen? Zum Burger, zum Freis, zum Shake. Die krasse Grabe ist viel besser, Freunde. Freunde, wir haben wieder eine Mission geschafft. Wir waren in der scheißen Eimer und haben Planktoni besiegt, Freunde. Nicht vergessen, dieses Video zu liken. Bei 100 Likes kommt morgen ein neues Video. Nichts vergessen, die Glocke zu aktivieren, Freunde. Mein Name ist Boschkim. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, Freunde, dann nichts vergessen. Video liken, liken, liken. Und dann kommt morgen ein neues Video. Wir sehen uns, Freunde. Mein Name ist Boschkim. Let's go.